Mein Name ist Ajit Singh. Ich bin Senecas leitender Ingenieur. War das okay? Cool. Kommt rein. Willkommen in der Werkstatt. Das hier, das hier ist unser neues Baby. Ein Beltra Icon Mark III, aber mit ein paar Upgrades. Elektromotor, aktive Aufhängung, umplatzierte Brennstoffzellen. Hier. Das meiste Gewicht sitzt hier unten im Chassis. Und der hier, das ist ein alter Freund aus der letzten Saison. Jupiter Sun Marino. Ich hab den Job, weil ich mit Marcus gewettetet hab, dass ich nen alten Eagle Ray MK4 schneller mache als nen Type 8. Hat keine sieben Tage gedauert. Jetzt schraube ich an alle mit Motor und Überrollkäfig. Tourenwagen, Muscle Cars, Open Wheel. Ich mach dir alles siegestauglich. Einen Fahrer zu finden ist eher das Problem. Heute sollten wir Valentin Manzi im Auge behalten. Er konnte sich bei Volz behaupten und hat dem Team viel Anerkennung verschafft. Aber ich glaube, er wird heute cool bleiben und nicht nachlassen. Und da Seneca mit schnelleren Autos teilnimmt, werden sie gespannt darauf warten, dass sie starten dürfen und mit der Aufholjagd beginnen können. Du musst mindestens auf Platz sieben abschließen. Viel Glück. Unsere Autos können mit Volz mithalten. Zeigen wir sie ihnen. Schnellere Autos können? Schnellere Autos können? Soll Sie Das war's für heute. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Du bist in der Mitte des Feldes. Du hast Spaß, um den Feld zu kämpfen. Du bist in der Mitte des Feldes. Du bist in der Mitte des Feldes. Du bist in der Mitte des Feldes. Zeit war 58,4. Du bist in der Mitte des Feldes. Du bist in der Mitte des Feldes. Du bist in der Mitte des Feldes. Volz und Seneca werden sich in Dubai wiedersehen. Und ich werde natürlich auch dabei sein, um Ihnen Action vom Feinsten bei der Grip World Series zu präsentieren.